So, hier haben wir mal was ganz Neues, einen Köder, einen Pilker, den man füllen kann. Weil ich aber keine Ahnung habe, habe ich hier einen, der hat Ahnung. Er hat das Ding nämlich salonfähig gemacht. Ja, hallo. Hast du das eigentlich erfunden? Das habe ich erfunden. Er hat es erfunden. Er hat es erfunden und patentiert. Sauber, erzähl mal. Das ist ja ein ganz cooles Teil, sieht gut aus. Ich möchte ganz kurz was über den Silverschell erzählen. Eine absolute Weltneuheit. Besitzt hervorragende Lauf-Eigenschaften durch diese Strömungsöffnungen. Der Silverschell kann aufgeklappt werden. Man sieht hier wunderschön das in der Unterseite eingebrachte Sinkgewicht. Das bedeutet, dass der Pilker an sich schon im Wasser abklappt und durch diese Strömungsöffnungen ein hervorragendes Köderspiel bis zum Grund ausführt. Der Silverschell kann befüllt werden mit Dätorködern, mit Leuchtmitteln, mit Knicklicht und so weiter. Er besteht aus V4A Edelstahl, nie wieder rostend. Hochfesten Sprengringen und Vmc-Drillinge. Und was kostet so ein Ding? Die Preise liegen bei 14,90 Euro, 110 Gramm bis 19,90 Euro, 320 Gramm. Super. Super, wir sind gespannt. Die kommende Sache in der Angelkiste. Lassen wir uns überraschen. Vielen Dank. Danke auch.